So Leute zurück wieder bei Borderlands das ist eine schöne Begrüßung Hallo so damit ihr jetzt nicht denkt wir haben jetzt vor gearbeitet das stimmt nicht wir hatten heute in Sankt das war ein kleiner Bug-Fail aber äh wir waren wieder Level 10 und mussten uns wieder vorarbeiten also jetzt nicht denken wir haben irgendwas gemacht so die Waffen sind leider andere kann man leider nix machen ey das ist eklig das will YouTube nicht eklig das will das will YouTube nicht wissen da sind auch Kinder anwesend gehen sicher YouTube will das nicht wissen ey die wollen nur wissen wie lang der ist du scheiße Alter wie stöhnen die denn rum lass die doch mal stöhnen ja und ich darf nicht reden doch ja die dürfen das weil das Spiel das so gemacht hat halt die Schreste hehehehe 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 oh mein Gott ja das ist dafür dass du mich gerade beleidigt hast ja ich hab dich beleidigt ja 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 gleich kommt der Slenderman zu dir ne erschreck dich erst mal ne wie Mr.Fix und schreit dich erst mal richtig an Alter hör mal auf damit Mr.Fix ey du heilst die Underworld hehehe hey redet da überhaupt ich höre den gar nicht ich höre den auch nicht gleich kommt's oh mein Gott ich hab Selbstgespräche geführt geil ist nicht für mich geil ist nicht für mich ich rede nicht ich bin geil ist nicht für mich geil ist nicht für mich äh Leute warum rennt ihr eigentlich wieder total vor ey ich bin schon wieder hinten ich bin nicht vorgerannt ich bin nur bei ihm geblieben und ihr habt die ganzen Waffen wieder geholt das waren nur zwei Snipers ja äh aua aua los geht hier ab ach komm halt die Fresse du kleiner nicht töten den ja hä mit eh ein Arter hat geklappt warum legt hier gerade mein Game total warum legt dein Karma wir sind ja auf deinen Dings drauf gell ja warum legt's dann auf einmal ganz einfach als Scheiße alter meinst ja was geiler als Steine jungen ja oh mein Gott jetzt kommt die schöne fette weiß ich nicht Arena du meinst diesen Revolver hier Revolver? wo bist du denn? Guck mal mutierter Mini Psychopath oh Revolver Revolver hab ich gehört Revolver was geht hier ab? oh äh wenn du den nehmen willst wollt ihr den ruhig weil meiner macht äh mehr Schaden aber der macht ja Feuer was geht hier ab? Leute ich brauche mal ein bisschen Waffe hier wäre mal nicht schlecht nein ich kann nicht ja dann verpiss dich ja dann verpiss dich Alter, meine Schwester wie es war stopp ach so deine Schwester ist dazu das uns gemeint hahaha warte mal auf doch noch mal da ne ach so lass doch alter ja total alter weißt du ich glaub meine Schwester ist vielleicht ein bisschen plonk im Hirn weißt du die versucht meine Tür aufzumachen obwohl sie abgeschlossen ist und das gelingt ihr nicht weißt du ahnungslose Menschen versuchen ja viel wenn sie es nicht wissen gell hey Waffenkiste die Gürtme nein geschlossen beschlossen sche... sche... doch scheiße nö doch nicht nein doch nicht lalalala ich sammle natürlich wieder alle Waffen ein bevor ich wieder... das waren nur Snipers Linken such mich mal soll ich dir die alle vorgefritten werden? ach das bist du ich dachte sie ja genau ich stell dich vor mich wenn er mit dir redet guck mal oh das ist der kleine oh ah das brauch ich what da what da brennt hier einer wo hey wo Linken was denn komm mal warte wo bist du ja hier 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 geht's auch what the oh ist das schön ich komm da gerade rein doch jetzt der kommt nicht rein weil der zu groß ist ey hier ist der kleine Waffenkammer drin ja alle rennen rein oh man ey verraten kann mich auch du musst dich ducken um rein zu kommen ja aber wirklich ja ich bin so muskulös Sneaker Sneaker das gibt's net wo müssen wir warte mal hier waren wir doch oder wo waren wir net ich glaub ich müde mich grad mal meine Schwester grad mal weil wir mit Romo und Romo du bist hier gerade vor den Schläger fertig gemacht ja du stehst genau vor ihm und schießt net na und warte ich mach grad mal drückte Druck an oh ne oh ne boah so ne oh hier machen wir net ich glaub da sind immer Waffen hier drin sind sie oben nenn wo geht's denn hier weiter ich will Leute hier ist Waffenkiste hier oben geil da geh ich mal hin oh mein Schwester die denkt ja nur weil die keine Ahnung was hat ich fang an euch alle zu hassen ich hasse dich jetzt äh ihr habt die ähm aber also ne 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 das wird ja noch schlimmer ausgehen das wird bestimmt ganzer rum I have my Pearson ich muss mich irgendwie mal heilen oder Der Endgegner kommt! Alter! Du Wichser! Ah, ich habe vergessen mich in Simon offline zu stellen. Scheiße! Ich bin Level 16, yes, yes! Level 16! Was war der? Ja, der war das. Der war das! Du solltest die Mine jetzt betreten können. Da liegt noch im SMG unten links rum. Ja, ich seh's, ich seh's. Wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Und ihr glaubt an mich. Haha, an euch nicht. Wäre gut, wenn ihr mal leise sein würdet. Was? 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 Ich habe nichts gehört. Es wäre gut, wenn ihr mal leise sein würdet, wenn... Ab. Sorry, Herr. So, wo müssen wir wieder hin? Müssen wir wieder zurück, oder was? Ja. Amazing. Oh, hier ist die Kiste. Alter, bei mir leckt es total, ey. Ich auch. Keine Klammer. Aber wir spielen ja auf deinem Server. Bei mir hat's vorhin auch nicht gelegt, als wir auf mein Server gespielt haben. Äh. Zurück, zurück. Wo geht's hier hin? Ich hoffe, ich lauf jetzt nicht im Kreis. Nee, ich erledige das schon. Erledige jetzt mal bitte, ich bin schon dreimal im Kreis gelaufen. Ich warte einfach. Okay. Hab's geschafft. Wie wär's mal ein echten Leben? Da willst du nur noch ein Kreis gelaufen. Wirst du irgendwie verhungern und alles? Aber übel. Oh mein Gott. Haben wir den Schlüssel überhaupt mitgenommen? Wenn ich verhungern müsste, ja. Von Haken. Das wäre jetzt der Hammer, wenn wir jetzt die Schlüssel mitgenommen hätten. Den kriegt man automatisch. Echt? Oh, ist ja langweilig. Ich dachte, den muss man irgendwie... Klar, den kriegt man... Nein, den muss man aufheben. Ja, aufheben, das meine ich. Ich hab ja nichts von einer Art geschlüsselt aufgehoben. Vielleicht ja vielleicht... Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Als Suzuki das nämlich nicht. Äh, ja. Warum lädt das bei mir immer so lange? Wir auch. Ah, hallo, hallo. Ja. Renn doch gleich weg. Hey, wo ist denn der andere Typ? Ach, der ist da oben. Geh mal da hoch. Da liegen Schilde und Waffen, wenn du einen wirkst oder verkaufst. Ja, ich hab... die holen. 370 Schild also, oder? Ja, ich bin voll. Ich kann mir die nicht mitnehmen. Ja, aber das Geld will auch nicht mitnehmen, oder was? Nö. Manni, 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 macht man immer. Oh, der Schild ist langweilig. What the fuck ist hier drin? Geh mal weg. Äh, alles zu wenig. Ah, schön, dass ihr alle wieder vorrennt. Finde ich nice, nice. Kein Problem. Ich schreibe nicht vor. Ich geh nur hier oben diesen Typen kriegen, der nur auf den Sack geht. Das ist für mich... Alter. Wer hätte mich gerade angeschossen? Ey, äh, Mr. Fix, komm mal schnell her. Ne, ich bin schon so weit. Alter, hier schau ich so rein. Ja, toll, dann muss ich jetzt hier leider SMG mit, äh, Electric liegen lassen oder Blitz. Warte, ich guck, dann nehm ich's mir mit. Kannst du ja mitnehmen und verkaufen, bringt viel bestimmt. Oh, der ist ja scheiße. Wie schwach ist der denn? Ach was. Oh, du hast Manni wieder vergessen. Oh mein Gott, wartet mal, das geht so nicht. Was kommt? Lalalalalala, könnt ihr mich kurz mal drücken? So, jetzt. Ach, besser. Kannst du ihn nicht besiegen, oh mein Gott. Oh, den war fein gelassen. Was ist mit dir los? Ich hab ihn besiegt. Dreimal Blitz, ist das gut? Oh, ich komm nicht. Ich komm nicht, ja. Ich komm nicht. Ich komm nicht. Ich komm nicht. Ach, ich bin keiner so. Du hast wieder Geld liegen gelassen, sehr schön. Heul auch. Ja, ich heul auch. Trotzdem habe ich das meiste Geld von uns. Ah, ha, ha. Kann man die kaputt machen? Kann man die kaputt machen? Und da ist wieder eine Kiste, die ihr wieder übersehen habt. Und was ist das? Harmonisierung. Was ging jetzt ab? Ich hab ihn elektrisiert. Da wird wieder schneller reißig getippt. Wer war's wieder? Warum, warum sind wir denn schon raus? Warum haben wir nicht noch gerade Mau Mali gemacht? Keine Ahnung. Wir geben das jetzt mal ab. Wir geben das jetzt mal ab. Dann müssen wir da nicht noch mal rein. Mir ist es egal. Sonst ist das ja so. Und hin und her. Kostet mehr Zeit, gell? Ja. Ho, ho, ho. Und zwei Tagen ist Weihnachten. Und wir... Wir haben ja gerade Mau Mali gleich aus, wenn du drunter bist, ja. Ne, in zwei Tagen geht gar nicht. Einen Tag, wir haben ja schon Montag. Oh! Bei mir ist gerade Verbindungsfehler. Wir haben schon Montag? Geil. Gerade vorhin die Verbindungsfehler, ey. Sind wir wieder hier reingegangen? Ja. Ja. Hier ist Mau Mali. Ach, deswegen hat's bei mir so gelackert. Mann, was hast du für mich ausverkauft? Dankeschön. Du hast nicht genügend Platz, Alter. Ich wollte mich immer wieder verarschen. Ja, wenn man so fett ist wie du, kann man nicht viel Platz haben. Glaub ich auch. Fünfunddreißig. Äh. Fünfunddreißig war das, was war hier? Fünfunddreißig, okay. Okay. Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kind. Äh. Verkaufen. 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 What is this? Ja, reicht. Ich bin mal kurz auf, so zwei, drei Minuten, aber ihr könnt ruhig weiterspielen, ja? Jo, klar, machen wir. Ne, 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 so machen wir das nicht. Ähm, so machen wir das. Jawohl. Hey, ich hab'n Revolver. Ist das nicht cool? Was ist dies? 40, nimm ich. Brauch ich Granaten? Nein, brauche ich nicht. Ey, Shotgun-Uni-Ton brauche ich immer. So voll, so voll. Raketen sind voll, obwohl ich überhaupt keinen Raketenwerfer habe. Ist das nicht cool? Perfekt. So, Kevin ist zurück. Mit normaler Mikroausgabe, ohne Ü drücken, was sowieso am Ende der Tastatur ist. Wie, du hast die ganze Zeit mit Taste drücken gemacht, oder was? Ja. Ach du Scheiße. Und die Taste ist Ü. Guck ich schon gerade aufs Ü drücken, gell? Ja. Das war ein Dix. Du seid schon gegen Mahomali am Pfingstuhl. Ah, ich geh mal hier hin. Warte mal, ich geh mal hier hin. Wer hat mal einer von euch Mahomali aus? Also... Ach ja, muss ich mal noch. Ah, ich brauche hier Hilfe. Ich bin nicht da. Oh, ich hab eine Waffe hier für dich. Oh, nice. Für wer ist dich? So. Okay, können wir gegen Mahomali campen? Ja, warte, wir. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Oh, okay, ich bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen. Oh, oh. Oh, oh. Ach, ach, ach. So ein Glück. Tschüss. Tschüss.